es ist hier die ganzen Lackritsch ich will jetzt auch was zuerst ne ne danke Sie werdet euch wohl erneut außerhalb der offiziellen Strecken bewähren müssen die Menschen haben vergessen eine Sicherheits-DVD einzulegen ich bin sicher das war ein Versehen vielleicht legt ihr sie wieder ein zur Sicherheit na ja zur Sicherheit so wir haben keine Flashlight die Kürtel ich glaube wir müssen das System wir müssen uns zu tun sind und das ist das Wort der Freiener muss dahinter das Standort Oko ich bin worden da geht es weiter sie nur da oben ja Prozent nur eine aber auch noch im Endeffekt dort das ist so wichtig ist andersrum achte mal kurz drin ich will nicht dass sie sehen in den Kumpel der da muss doch hin und um den Gläserschatz zu blockieren nach Koppel das ist was zu easy wir sind nicht bezüglich da fliegen Kugeln durch die Gegend da ich glaube es hat mal einen Verlauf von Wattes Versuch ich glaube das wird nichts die ist in seinem Leben wir brauchen die aber für den Läsen her wir haben hier ein ganzes Phasengitter da oben da müssen wir auf jeden Fall irgendwie so eine Lichtbrücke machen wenn wir haben ich hab's mal auf online gestellt ich hoffe die bleibt jetzt auf online ah ja die bleibt warte mal ne 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 da damit ihr die Kugel da auf ja das Problem ist da kannst du nichts machen warte mal ah ich hab ne gute Idee geh mal hier durch wohl warte mal ach warte ich weiß wie wir was machen ja insofern ich drüber kommen ne erwartet nach hier rüber so das ist dein Ernst da kommst du drüber ja wie soll ich denn sonst da hinkommen ach warte mal machst du mal irgendwie wir müssen die Kugel irgendwie da oben abfangen dann fällt die nämlich hier rein ja warte mal warte mal warte mal warte mal warte ich hier aber durchgehen sicher? ja ja warte dann geh mal rein und runter im Portal und so wo habe ich da jetzt eine Portalfläche die ich von hier erreichen kann nirgends außer die da das bringt nichts aber warte mal mach mal nein nein jetzt warte ich hab ne Idee du musst deine da erst hinmachen so dann fällt warte du musst dann warte mach du mal dann du hast ja gar nicht mal dann da ne nein warte warte nein 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 ich hab ne andere ich hab ne bessere Idee okay ähm so warte so sag mir wenn die durchgefallen ist ja wenn die Gegend gefallert you see it works haha okay kann's kommen das macht klapp Introduct macht ja so CD zu rte haha haha warte mal warte mal äh ich mach mal hier ja die k tutorials kletника ja partout aha ja sie bleibt offen erinnerung kommt stimmt es hier hatten wir auch schon hier war hingen wir ab hier sind ja okay dann dann ab hier ist das jetzt sogar blind das display so das andere war ja nun ja her aber jetzt also daten waren noch nicht geschafft wir er hat uns bestimmt mal geschafft aber keine Ahnung und das was macht was man schafft mir die mach mal immer hoch wir lassen sich jetzt ein bisschen pendeln auch ein Meister wenn wir das so machen auch ein Meister ja du du musst das so gut ist Prozent erwarten du musst sein zweck machen jetzt war der Zeit im Wien so war zwar Prozent ich überlegte das geht es muss du da ist entweder dahin die da gibt es ja dann da eins seiner beiden ersetzt dann durch die durch geflogen und der fliegt fliegt nachdenken 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 so so was er was du da hast Komma vor allem nach oben ob da irgendwie noch was ist so da oben hinter dem Stallträger und tollfläche sein das hat so nicht so gebraucht also sein so Prozent vier wir haben hier müssen 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 Kuchen. Was? Es ist ein Kuchen. Okay. Warte, ich probier mal was. Ich hab da ne Idee. Das wird nicht funktionieren. Hauptsache ich kann unten unterdurch. Wow. Ah! Das wird nicht funktionieren. Doch, guck mal hier! Okay. Ah, hab ich gesagt. Wir müssen uns was anderes einfallen lassen. Ja, aber wie? Weißt du, wenn wir hier unten irgendwie ne Portalfläche... Äh, ja nicht da. Wenn wir da irgendwie ne Portalfläche hätten, dann hätten wir ja kein Problem. Geh mal kurz herunter. Hier mal das Portal. Guck mal mal. Okay. Was wird denn sein? Da haben wir auch eine, ne? Das, äh, jetzt mal herkommen. Boom. Ich dachte, man hätte damit nicht. Hm. Das sind alles kein Portalflächen. Ähm. Aber das so... Nein, ich find das am Anfang ganz gut mit dem Hinterpennen. Ja, die Frage ist... Warte mal. Guck mal, der hinten ist offen. Ah, das ist bestimmt das Gitter vor, oder? Ja. Warte mal, ich hab da ne Idee. Mach das nochmal mit dem hin und her pendeln. Lass ich da hin und her pendeln. Ja, äh, bist du? Ja. Ja, du musst jetzt wieder deins irgendwie wegschießen. Warte. Du drehst dich immer automatisch um. Oder? Jetzt musst du mich von... Da schießen. Das haben wir gerade eben auch schon gemacht. Sicher? 100 pro. Guck. Versuch's einfach. Juhu. Ja. Okay, okay, ich hab nichts gesagt. Ähm. Äh, super. Boah. Warte mal, warte mal, warte mal. Was wäre, wenn... Geh nochmal oben drauf. Nee. Ja. Verschließend nicht. Danke. Du schießt dann deine Portalfläche, aber bitte diesmal nach da unten. Okay. Okay. Äh. Okay, das war nicht so das, was ich mir erhofft hab. Kann sein, dass du dabei drauf gehst. Okay. Ja. Schieß mich weg. Oh. Oh. Das ist gerummst. Oh. Warte mal. Ich hab's versorgen. Dann pflegst du so. Ja doch, das kann man versuchen. Ähm. Geh nochmal oben drauf. Mach du am besten, ähm, die zwei Portale. Wo denn? Bei 1 und 2? Äh, bei 2 und hier über der 2. Da und da. Ich warte. Ach, ich hab ne geniale Idee. Wir fliegen ja zu weit darüber, ne? Wie wär's, wenn wir einfach gleichzeitig, äh, hier fallen? Nein. Wenn einer hier auf der Seite fällt, da, und einer ist hier. Ach, dass wir uns hier treffen, gegenseitig klatschen. Hier treffen, gegenseitig zusammen klatschen, runterfallen. Genau. So hab ich das grad gedacht. Also... Die haben schon, also das ist schon genial. Du... Äh... Äh... Ja, okay, geh du einfach weiter. Obwohl, warte mal. Äh, okay, du hast dann was, dass wir die Portale dann setzen. Drei. Zwei. Drei. Ja, gut. Ich will mir das Versuch so fort. Weil wir wissen nicht, wie es funktioniert. Ja, wir wissen ja nicht, ob's klappt. Das ist ja nur eine Vermutung. Garantiert. So. Ich geh diesmal direkt nach hier. Und du machst dann total schon mal im Voraus genau. Ja. Okay. Ja, du bist du? Sauer! Was? Ja, Mann! Lauf. Ja. G cùng. Glockenzeiten. Wenn es zu festlegt ist, das die die, die die Zahlen, die haben wir irgendwie schon gedacht, also da habe ich schon gedacht, ne? Ne? Die Waffe, Dich, Dich. Ich hätte die letzte hatte. Sorry. Sie wird nicht rein. Sie ist nur mit Schicks. Remember, ein paar die ist wohl so und so wie möglich ist sie es sein in Kürze das Wort fortlaufend wiederholen wenn ihr einmal eine Zahl anstelle von Blatt ignoriert und dies ist ganz und gar und wichtig die heutige Sicherheit die sich 5 9 3 5 9 30 14 18 gut wir kennen sicherheitscode let's hack glatt aus ja mann da haben wir dann auch schon den letzten test so ladebildschirm 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 wieder da? vielleicht bleibt ihr einfach und lebt hier ne ich glaube nicht nein oh guck mal oh hier ist weg ja wieder ein Minus davor nein kein Minus nein ich hatte Pluspunkte wie dort ist Pluspunkte das war's auf jeden Fall für diesmal danke fürs Zuschauen wir haben zwei Bereiche mit Leistungseffiziten ach die bügeln wir glaube ich noch im nächsten Haus hier in den Transportschichten übrigens die Balken da drüber zeigen an welcher Spieler dieses Level schon geschafft hat bis zu welchem Level ja haben wir ja anscheinend schon mal bis Level 2 doch gespielt irgendwie da habt ihr irgendwie keinen Bock mehr oder sind die weitergekommen ja das kann gut sein naja ähm wie gesagt vielen Dank fürs Zuschauen wir werden jetzt direkt den nächsten Part aufnehmen die Part 4 hier mit den Transportschichten äh how to rein yo tschüssikowski bis zum nächsten Mal